heute was geht ab leute hier ihr seht jetzt gleich ein ausschnitt vom stream da haben wir nämlich alles bubble tea ausprobiert also alles was man irgendwie bubble tea mäßig im laden finden konnte ob es die eis bubble tea kuchen bubble tea mochi haben ausprobiert und es war nicht so geil wie es klingt aber das seht ihr gleich sogar tat die musste leiden und der leidet eigentlich nie bei essen hier für tatty endlich hier seine bubble tea mochis oh mein gott man freunde ich hab ewig lange drauf gemacht ich glaub nicht dass die geil sind diese vanille mochis die sind klasse die waren klasse ne nicht mal die milch mochis die ihr letztes mal da hatte ja niemand echt klasse was ist da drin oder ein bubble tea die stunde der wahrheit ist gekommen tatty hat darauf gewartet endlich seinen scheiß mochi hey ich liebe die teile man die riechen ich habe echt viel bubble tea man riecht zwar dran oder viel zu krass man kann sie nach bubble tea okay jetzt bin ich gespannt nicht viel gemacht oder die schmeckt nach gar nichts also das ist doch beschissen wo ist der bubble tea die schmeckt da gar nichts oder versuch uns den geschwacken auszuhören schmeckt nach tapioca ein bisschen aber ich will schon schmeckt nach was echt tapioca schmeckt nach nichts deswegen boah das ist echt enttäuscht man wo ist der bubble tea man das ist echt wo ist der bubble tea das ist flopp ach stimmt die kugel ist auch nicht dabei die habt ihr bestimmt schon gegessen so gar nicht gemerkt ich dachte das ist die kugel die ist so komplett aufgemacht aber ich dachte die ist so richtig gut das ist aber so krass oder ja das ist halt geschmacklich jetzt nicht schlecht aber halt nicht nur nach dem was draufsteht man echt enttäuschend und er hat einfach drei roche drauf gemacht in das essen vielleicht muntert das Tatti wieder auf bubble tea cake vielleicht sind die besser ja aus Taiwan alles so gut ich geh nicht ich geh nicht in keine nicht mal mit großer erwartung nein die schauen schön aus die schauen doch geil aus die schauen doch geil aus die packung von Gold die sind echt aus gib mir auch mal Hoffnung steigt das ist ja noch schlimmer als das andere das hat zwar Geschmack aber es schmeckt scheiße oh mein Gott ich hab schon aufgemacht du musst abbeißen du musst abbeißen du musst abbeißen aber ein großes Stück nicht klein bitte groß bitte beiß ab schau schau schlimm oder die verpackung die verpackung sieht ernst aus ja man das habe ich deswegen habe ich ja gekauft alles bubble tea ich habe ich gekauft alles so diese halbe vom bubble tea mitnehmen machen verkaufen nur so scheiße ja schau ja schau ich zeige euch noch mal das schaut schon so beschissen aus oh mein Gott das schaut echt beschissen aus das schaut schon voll trocken aus wie so wie gepresste kotze vielleicht müssen wir es aber echt in bubble tea tunken vielleicht muss es echt ja aber schmeckt besser als die anderen ich kann es nicht mal gleich kauen ich muss irgendwo in Wasser rein trinken das wird zäh wir verstehen ja nichts was auf der Verpackung steht was ist das für eine Scheiße wie kann man sowas produzieren das sind ja so eine Bohnen soja 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 vielleicht kann sein ja ich schwör auf einmal schauen uns irgendwelche chinesen zu und lachen äh Reaction man die dumme Kerle auf Deutschland heute diese 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 lachen so ja schau mal diese Idioten an das hast du gemacht essen den scheiß nach sowas shit man boah ich glaube wenn wir das in Wasser rein tun das schmeckt wie so ein Rosinenbrötchen oder aber wie ein Schattenbrötchen oder aber wie ein Schattenbrötchen oder ey Jungs das ist ja schon besser nein flower king das ist babbelst wie nicht getrocknet oder eben in Kufen gepressen also Leute wenn dir jemand ein Brötchen passt dann kauft das dann den Schattenbrötchen also gewalt also gewalt das ist sich dann noch schnell oh warte mal ich will ja ohne witzig will nicht mehr mach jetzt auf jetzt ist das noch oh das schaut besser aus das schaut besser aus das schaut besser aus nein okay er warte wenn es hochkommt der rieft schon so richtig gut aber holen wir noch warte 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 oh mein Gott er steckt ganz gut oh mein Gott warte warte stop man wie kommt das raus ey warte 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 das passiert immer heraus natürlich das ist genau wie das zweite wenn du es Sit 삼 warte okay einen gibt's noch Leute so nächstes das haben wir ok das schaut viel das Wie viel hast du von der Scheiße, Alter? Es wird alles gleich und schaut alles hinein aus. Der schaut uns besser aus. Das ist ein Bobble-Tee in Kekse. Ja, schau, wir haben jetzt genau dieselbe Scheißfüllung, nur mit Kekse. Oh mein Gott, schau, wie krass. Das schaut richtig krass aus. Ja, schau, das sind echt krass. Das ist echt krass. Der Bobble-Tee drinnen und dann alles. Das ist der Fugger, Alter. Ja, das ist krass, Alter. Das ist krass. Das ist mit derselben Scheißfüllung, Alter. Ich halte nicht. Noch ein bisschen, Alter. Und? Ich schmecke scheiß. Ich schmecke krass, Alter, ich schmecke krass. Ich schmecke krass, Alter. Ich schmecke krass, Alter. Ich höre einfach Müll und Ent machen, Alter. Müll und Ent machen, Alter. Das ist salzig, Alter. Das ist Entkroß, schmeckt mich zu. Alter, Mann, der ist kaputt. Kann ich mal kaum. Das passt gar nicht zusammen, Alter. Nougat-Biskuit steht da drauf. Nougat-Biskuit. Das ist nicht behindert, Mann. Nougat-Biskuit. Das ist nicht bis Feuer. Ey, der Nougat ist abgelaufen. Nougat-Keks-Milch-Tee-Aroma. Was labern die? Was ist Nougat, Alter? Was haben wir das machen, Alter? Oh mein Gott. Das passt gar nicht zusammen, Alter. Was ist das? Das war salzig, Alter! Das war salzig, Alter! Das ist gar nicht süß, Alter! Eeeehhh Ich glaube die Verpackungen kosten mehr als das Produkt selber Jungs ohne Witz, das ist wirklich ohne Scheiss Nun wäre es auf den Schissenzimmer gekommen Ja safe, der war richtig eklig um mein Gott Der war richtig eklig Und dann, und ihr lacht über meine Mochis Das war echt besser da Das hat alles noch nicht geschnitten Der sind zu krass Ihr lacht über meine Monchies, Mann, ihr Freunde, das war die Besten, Alter. Man schmeckt dir nicht so gut, du hast draufsteht, aber egal, das war die Besten, Alter. Monchies, Masha, Alter. Ihr mögen Jungs, das beste Mal kriegen. Es ist einfach ein Tab Junge drin. Und da floppt aber. Boah, ist das eklig. Boah, Junge, die schweigen da so was drauf, Mann. Eins hab ich noch, wer will. Jungs, lass es jetzt, der ist krass. Taiwan. Den kenn ich auch, den kenn ich auch. Warte kurz, du musst mal kurz den Tränken ausspüßen. Also, dein Ziel ist auf jeden Fall nicht Taiwaner. Boah, das ist echt. Wenn ich so eine Scheiße brechen muss. Boah, boah. Wir haben noch was krasses da. Und zwar Obamilk-Tee in Eis-Form hier. Wir hatten alles, Mann. Wir hatten Cake. Wir hatten Keks. Kuchen. Wir hatten Bubble Tea. Getrocknet. Wir hatten Bubble Tea in Kekse. Wir hatten Bubble Tea in Kuchen. Jetzt haben wir noch Bubble Tea in Eis. Den Mutschi hatten wir auch. In Mutschi hatten wir auch. Also, wir haben alles. Das war das Beste, Mann. Das ist ja schon geschmolzen. Das wird nicht hart, keine Ahnung. Die Konsistenz ist immer so. Okay, wie soll ich das essen? Noch mal ein Döffel oder so? Das ist so hart geschmolzen. Das ist ja so... Hey, ganz ehrlich, schau das mal an. Der schaut doch schon ekelhaft aus. Nee, der war nicht ekelhaft. Einen hab ich schon gegessen. Hast du einen gegessen? Einen hab ich schon gegessen. Einen hab ich gegessen. Oh, mal sehen. Mehrere Tapioca. Ja. Also, ich sag's. Geil schmeckt er nicht, aber schlecht schmeckt er nicht. Total, Alter. Die Jungs, wir haben alles gut. Hier. Hoffnungsträger. Letzte Chance. Letzte Chance. Der schmeckt so wie... Alter Bubble Tea. Du bist einfach eingefroren. Alter Riccardo, man. Danke für deine 17 Monate. Oh mein Gott. Riccardo, kurz geht raus. Bro, kurz geht raus. Goldner Bitcoin kriegst du, man. Man musste Riccardo dann an die Tafel schreiben. Alter, was ist das, man? War ein gutes Tag. In die Mitte. Hab ich dahinter. Wow. Aber der schmeckt auch nicht süß. Nee. Ich sag ja, der schmeckt so wie so ein alter Bubble Tea, den du ein paar Tage liegen lässt. Was? Und dann einfach in die Tiefkühle Tafel. Hey, Mann. Wieso macht man sowas? Oh, Digga, Mann. Schlimm. Was ist das? Ist das Tapioca oder was? Ja. Aber einfach gefroren. Gefrorener Tapioca. Boah, schmeckt der Scheiße, Mann. Alter, dieses Ding hier, das ist brutal, Mann. Da sind Sachen drin, das ist unfassbar. Also man liest hier, Lougat Biscuit, ja. Lougat Biscuit. Und was gibt's dann? Okay. Schwarzer Tee, ja. Vigga Bubble Tea. Kaffeepulver, hm, okay. Und dann? Charlotte. Charlotte. Das ist eine Zwiebel. Das ist eine Zwiebel, Alter. Charlotte. Und Salz. Das ist... Alter. Wie kann man das essen? Da steht Nougat da. Nougat Biscuit. Alter, das ist so... Das ist richtig ekelhaft, Mann. Richtig ekelhaft ist das, Mann. Nur zwei musst du essen. Ja, und dann? Dann kriegst du die 1000 Bits. Dann kriegst du die 1000 Bits. Echt jetzt? Chad, richtig ekelhaft. Was sind Charlotten? Das sind die Zwiebel, Alter. Die Zwiebelsorte, Mann. Die wollen Tati leiden sehen, die so... Wenn Tati zwei, drei Kekse isst, dann kriegt er Bits und sowas. Ich will schon machen, Mann. Ich esse alle vier, Mann. Ich esse alle vier, Mann. Nee, nee. Erreport. Tausende. Ich esse alle vier Sorten nochmal. Ja? Und dann ist es euch überlassen, ja? Was ihr damit anfangen soll. Für euch, Chad. Mein Gott. In die Kamera schon. Aber aufessen, oder wie? Ja, komplett. Oh mein Gott. Oh, hier mit Arsene, ja. Viel Glück. Hau ab mal mit dem. Hau ab. Mh. Lecker. Oh, shit. Äh, Mann. Du hast noch so ein Stück. Da geht es nicht so freundlich drauf. Aber wir müssen es nachzutrinken. Ohne trinken. Ja? Ohne trinken. Ohne trinken. Das war's von uns, Leute. Alter, echt ekelhaftes Zeug. Das Beste war Mochi mit Bubble Tea. Weil es am wenigsten Geschmack hatte. Heftig, wie ekelhaft das war. So enttäuschend, Alter. Es sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Und vom Marketing her so geil. Aber ekelhaft sein Ugo's Vater. Das war's noch was, Leute. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram und natürlich Twitch. Schaut's gerne Freitag wieder vorbei. Ansonsten natürlich in Bitcoin und DeFi. Investieren in Cashflow generiert. Ich lache weil. Der ist momentan grad tief. Aber eure Chance. Keine Panik machen. Nachkaufen. Bei The Dip. Das war's von mir, Serious Business. Und Ciao. Hier ist mein Deutsch. 3 Aufmerksam量 ver. Aufmerksam 3 Besindert sich eine Unterkollung. Vielen Dank.